Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Kurz-Let's Play auf meinem Kanal, das den Namen Train Fever trägt. Warum jetzt? Weil in der letzten Woche, letzten Mittwoch genau genommen, wurde angekündigt, dass am 8. November Transport Fever erscheinen wird, sozusagen der Nachfolger, der nur viel mehr kann. Und das hat in mir wieder die Lust geweckt und ich dachte, wunderbar, passender Zeitpunkt. Es sind noch ein paar Wochen, aber zwischendrin kann man mal so ein paar Videos davon durchaus raushauen, dachte ich mir. Und ich muss sagen, ich höre gerade herzlich wenig. Ich gehe in die Einstellungen. Das liegt daran, dass ich die Musik ausgestellt habe und den Master machen wir mal so. Ja, da ist die Musik. Sehr schön. Es kam mir schon gleich so still vor. Ich wusste aber nicht warum. Natürlich die Musik fehlt. Was auch sonst. Kurz einmal das Hauptmenü. Ein paar Errungenschaften habe ich auch schon in meinen... 200 Stunden Spielzeit. Man kann dann natürlich viel mehr Zeit reinstecken, aber die Zeit muss man erst mal haben. Einstellungen. Man kann einiges ändern, was die Grafikeinstellungen angeht. Ich spiele auf... ne? Ich spiele mit das Beste. Dann kann mein PC durchaus aushalten. 1.920 mal 1.080. Oberflächige Meter pro Stunde. Leistungseinheit in PS. Gewichtanhalter mit 1.920 mal Kilogramm umgeschaltet. Und erweitert Autosave. Alles klar. Anwenden. Ich mache einfach mal ein neues Spiel. Ich habe halt Standard in den USA, aber auch das Nordic DLC, das von der Community entwickelt wurde. Natürlich da. Ähm. Ich würde einfach sagen, das sind die einfachen Einstellungen. Weltgröße, Mittel. Für das Let's Play durchaus. Für ein kurzes Let's Play wird auch schon klein fast reichen. Aber vielleicht setzt man es ja irgendwann fort. Ähm. Ich nehme einfach mal Mittellandschaftstyp. Nehme ich einfach mal hügelig. Ganz einfach, weil dann ist es ein bisschen mehr vor vor oder hinter. Bei Flach kann man die Schienen überall hinlegen. Kostet nicht mehr. Bei Hügelig musst du schon wirklich gut planen, wo die Schienen hergelegt werden. Wo Straßen hergeführt werden. Und so weiter. Schwierigkeitsgrad, Mittel. Kann man mehr zeigen. Schwierig ist schon. Ja, ist jetzt nicht. Wer weiß, wie schwierig. Aber für das Let's Play einfach zu einfach. Schwierig zu schwierig. Starte ja auch die Goldene Mitte. Wenn man 850 anfängt, hat man halt nicht viel, was ich zeigen kann. Da passieren halt die ersten Ich nenne es mal 20 Jahre, fährst du mir ein paar Kutschen und mit zwei Züchen durch die Gegend. Jo. Hm. In der Regel. Ab 1950 würde man zu viel verpassen. Also 1900 denke ich mal, ist eine ganz gute Alternative. Was haben wir hier? Kann man hier eigentlich auch, ne? Startwerte Zufallsgenerators in Norduron. Erweitert. Hier könnte ich jetzt Mods einfügen. Fahrzeuge, kein Endjahr. Das mache ich mal. Weil kein Endjahr einfach bedeutet, dass die Fahrzeuge nicht auslaufen. Das heißt, ich kann auch im Jahre 2000 immer noch eine alte Dampflok von 1900 einbauen. Beziehungsweise ich kann jetzt 1900 auch immer noch die Dampflok von äh... 1850 nehmen. Oder? Mach ich das? Nein, ich mache es nicht. Ich spiele es erst mal Vanille. Ganz normale Vanille-Version sozusagen. Vanille-Eis lecker. Da habe ich da jetzt Lust drauf. Aber anderes Thema. Ähm, ein paar Mods habe ich hier noch drin. Ich habe eigentlich alle rausgeschmissen. Ein paar haben sich anscheinend in irgendeinem Ordner irgendwo versteckt. Äh, nach und nach kann man ja die einen oder anderen, den einen oder anderen Zug mal noch ähm, mit da reinbringen dann. Mal sehen. Da auf Fahrzeuge nehmen wir mal europäisch. Die Standardzüge. Nordeuropäisch. Da sind dann die aus dem Nordic-DLC mit dabei. Oder ich nehme alle. Alle hat eigentlich ein Problem bei dem Nordic-DLC. Du weißt nicht, dass es mittlerweile mal ein Update gab. Ich habe das, ähm, damals mir das jemand geholt und seitdem das Nordic-DLC an sich nie geupdatet. Ähm, hier gibt es einen Zug, der nur 10 Euro im Monat kostet. Und das ist natürlich der absolute Cheater-Zug. Weil er einfach alles, ne? Äh, ich nehme mal nur die europäische. Machen wir mal Standard. Landschaft, europäisch, Städten, Namen. Nehmen wir mal Deutsch. Könnte auch Finnisch nehmen, aber, äh, ich nehme mal Deutsch. Oder Koreanisch ist auch schön. Südkoreanisch, ne? Äh, es heißt sogar nur Koreanisch, okay. Mh, Gebäude, Straßen, Szenario, jawohl. Mh, kurz nochmal nachschauen. Mich befürchtet ich, äh, Start. Das war das Startsignal. Es folgt der Ladebildschirm. Es folgt der Ladebildschirm. Wunderbar. Ich dachte schon, irgendwie, es hätte sich aufgehängt oder so. Das wäre jetzt natürlich besonders gut. Und ich freue mich schon total auf Transportfieber, auf den Nachfolger. Man kann sich ja, ähm, ein paar, ähm, Videos angucken. Auf deren YouTube-Seite, wo alles erklärt wird, was Erneuerungen da ist, wie die was gemacht haben. Und das sieht schon klasse aus, weil hier geht es mehr oder weniger darum, Straße und Schienen. Und man kann sehr viel mit Straßen machen, man braucht natürlich keine Züge, sagen wir mal so, ne? Ähm, bei Transportfieber kommen ja dann auch noch Wasserverbindungen, sprich Schiffe. Und Luftverbindungen mit dazu. Und darauf freue ich mich schon extrem. Da hat man wie so, äh, wie diese alten, ähm, ja, Transport-Tacoons-Spiele, wo man alles hat. Nur mit einer relativ aktuellen Grafik. So, ich gehe erstmal auf Pause. Und hier Willkommen, Willkommen bei Trendfieber. Das hatten wir schon mal, glaube ich, bei meinem angetestet. Wir gehen erstmal auf die Map. Dienstlaken sehe ich schon mal. Dienstlaken kenne ich. Neuruppin, Wildstuf, Beilengries, Kerpen. Beilengries klingt nach Süddeutschland, finde ich. Vielleicht, weil ich jetzt in Lenggries war, denke ich, das ist wahrscheinlich da, also jetzt nicht in der Nähe, weil da war es nicht, aber theoretisch. Neudenau, Versmold, Bad Driburg, schön. Chemnath. Ist ja doch noch, wessen, und Bad Nenndorf, hatte ich ja schon gedacht? Egal. Da sind doch noch zwei Orte, die ich kenne, ey. Ähm, ja, willst du drauf oder willst du nicht drauf? Komm, steig ein. Ähm, ja, gut. Wir sehen schon mal gleich, wir haben mich hier einen See. Ich habe es auch für mich gestellt, aber so wahnsinnig für mich. Nicht mir das gar nicht aus. Okay, ist natürlich auch eine, ähm, mittlere Map. Da ist das natürlich auch weiter gestreut alles. Man sieht natürlich, das gleich ins Auge fällt, sind natürlich High in, äh, Neudenau, Dienstlagen und Neuruppin, Fluss und See. Das heißt, hier wird es keine großartige Steigung geben. Für den Personenverkehr fast schon einmalig genial. Äh, Neuruppin Dienstlagen ist für den Anfang noch recht weit entfernt. Aber hier, hier müsste man kurz über den Hügel, macht nichts. Hier könnte man natürlich Personenverkehr hin und her. Äh, außerdem von Dienstlagen nach Bad Nennendorf. Das ist eine schön gerade Strecke. Wird die erste sein, die wir machen. Und dann, ähm, schauen wir uns mal eben, äh, Cargo an. Nehmen wir auf Play. Hier läuft Holz. Hier laufen Holz und Waren bei Beilen Gries. Da laufen Holz, Holz, Holz und Waren bei Versmold oder Versmold und auch Öl und Waren oder Güter. Okay, Pause. Das heißt, hier könnte man schön anfangen, zum Beispiel Beilen Gries zu versorgen. Holz nach hier und dann vielleicht sogar schon mit einem kleinen Zug. Was haben wir denn hier? 28 fordert, der ist natürlich nicht viel. Äh, von hier aus könnte man natürlich auch noch über eine Straße Wildsdruck versorgen. Hätte man mit diesem Werk zwei Städte. Das machen wir. Wer mich schon länger, oder wer schon einige Videos von mir kennt, der weiß, dass bei mir Erfolg keine Garantie ist. Ich werde übrigens mal eben kurz einmal, ich weiß, ganz kurz einmal, wenn wir mal einfach mal LP, mal eben kurz speichern, damit ich schon mal diese Karte so habe und weiß, was ich machen wollte. So, also kommt ein LKB-Ladeplatz ans Holz. 12.000 ist irgendwie das günstigste an dieser Stelle. Und, äh, falsch, einer irgendwo hier ans Ende für 9.525. Das dürfte hier noch getoppt werden. Wunderbar, hier hinten sogar 7.000. Das ist schon zu weit, ne, ne? Ja, ich gehe mal lieber hier auf 8.100. Das dürfte ich auch noch akzeptieren. So, Linie verwalten. Kurz, wer das Spiel nicht kennt. Es geht darum, Städte mit Waren und Personen zu versorgen. Hier haben wir jetzt gesehen, ähm, die mit Holz produziert. Dieses Werk verbraucht Holz und prozelliert, genau. Und produziert daraus Waren, die dann in die Stadt befördert werden, die diese nämlich nachfragen. Ich nenne diese mal, äh, Holz bei Grieß. So, das heißt jetzt, müssen wir hier noch LKW draufsetzen oder kutschen. Je nachdem. Dann wird das funktionieren. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das hier ist natürlich schon ein recht weites, schon recht weit bis zum Ort. Jetzt hier so zum Beispiel, da würde ich mit LKW fahren. Aber das hier, könnte man schon überlegen, einen Zug zu nehmen und natürlich eine Straße nach Wilstruft zu legen. Die müsste aber durch den Tunnel führen. Ich sag mal so, grob gesagt, man fängt hier an, zieht ihr überhaupt, was will der denn machen hier? Ja, guck mal zu groß, das kenne ich schon. Genau so, kostet mich Glatz. An dieser Stelle 180.000, das geht, das ist wunderbar. Oh, da will der hier erst rauskommen. Das ist jetzt eigentlich so gedacht, du kommst hier oben, wo aus mit der, äh, mit dem Tunnel. So, hier so irgendwo, oder? Was sagen denn die Höhenlinien? Ja, genau. Sprichst du ungefähr so, wie hätte ich gesagt, mit dem Tunnel, das ist ja nur ein Tunnel durch den Berg. Wobei, nicht nur, das ist überhaupt ein starkes Gefälle hier. Machen wir so, wir haben ja Geld. Hahaha. Noch, haben wir Geld. Oh, ich werde da schon eine Bucke bauen. Ja gut, das würde ich natürlich doch günstig haben können. Schön. Naja, prinzipiell sagt er einem halt immer den günstigsten Weg an. Fahren wir halt hier rum. Das macht keine Brücke. Aber hier ein Tunnel, man, äh, ich finde jetzt nicht mal, dass man sich, dass wir uns ein Hochblatt tun, das geht hier richtig steiler. Egal. Egal. So, haben wir das. Ähm, hm, 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 hm. So, auch nochmal eben kurz zeigen. Die Landnutzung. Grün sind die Wohnhäuser. Die Leute wollen zur Arbeit. Das ist blau. Industrie. Wollen aber auch Freizeit und Geschäft haben. Rot und Gelb. Und man kann natürlich zwischendurch mal mit dem Straßenbau ein bisschen nachhelfen, wenn man so wie hier dann denkt, mach doch einfach schon mal diesen Ring zu. So, zum Beispiel. Und dann nach hier hin. Vielleicht ein anderer LKW-Depot. Das mache ich nicht mit dem Zug. Äh, das mache ich mit dem LKW. Beziehungsweise mit einer Kutsche. Wo müssten wir da ankommen? Hier. Aber natürlich auch hier eine ziemlich, äh, ja, großen Hügel nochmal im Weg. Machen wir erstmal folgendes. Machen wir nach hier mal so ein Straßendepot. Und wir sagen mal, Güter haben wir nämlich nur den Cannstatt LKW. 25 kmh für Holz. Der fährt 1, 2, 3, 4 mal. Nach, äh, die Strecke Holz. 12 Sekunden, also ich sage mal 2 Minuten. Ja, jetzt mache ich das ganz gerne so. Stopp, hier fährt, hier fährt schon mal andersrum. Sonst kommen die alle schon anfangs an, anfangen, da gleichzeitig an. Das ist ja schon mal ein bisschen, die verteilen sich natürlich automatisch. Und, der fährt da rein, ne, super. Ja, hier werden dann die Bahnen gelagert. Die Bahnen laufen praktisch gerade. Und hier sehen wir, das Holzbündel liegt dort bereit. Da kommt wieder eins angelaufen. Er akzeptiert also anscheinend die Linie. So, was wir jetzt noch gleichzeitig mal machen können, ist die Linie von hier nach hier. Die nennen wir dann, ähm, Güter. Willz. Druff. So. Und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich die andere Strecke... Ne, ich lasse Beilgrieß erstmal völlig außer Acht. Oder? Ich kann mir natürlich mal angucken. Überhaupt ist Willz-Druff, lässt sich hier natürlich viel besser befahren. Mit einer, äh, mit einem Bus oder so, ne. Weil man hier eine Ringverbindung machen kann. Und hier einmal oben in das T abbiegen. Kann man, ah, man kann aber auch von Willz-Druff. Die steht auf einer Höhe mit Neuruppin und mit Dienstlaken. Kann man auch sehr schön mit einem Zug anbinden. Dann fange ich mit Willz-Druff auch tatsächlich an. Und sage mal einfach, du... sage 1 2 3 4 reichen erstmals für güter willsdorf ich will sind das vier minuten ich schon mal hinterher vier minuten ist natürlich eine lange strecke vor allem natürlich auch möglich werden die arge probleme haben hier den berg hochzukommen in dem tunel aber egal ich übernehme jetzt nicht mit dem mit den kosten hier und man kann ja darlehen aufnehmen wenn es zu teuer wird oder wenn man kein geld mehr hat landnutzung die leute möchten also vom wohngebiet in die industrie jetzt hat sich da aber industrie gebildet also wir müssen auf jeden fall hier oben umfahren alle leute verschwinden einmal wir halten hier sogar zweimal an würde ich sagen dann fahren wir hier rum machen dann hier einen kleinen abstecher rein fahren dann noch mal so hier rum zurück halten dann hier noch mal an so ich glaube das reicht erst mal für den anfang industrie blieb ich nämlich schön außerhalb mal gucken ob das passt wenn ich da anfange wenn man natürlich auch so einen wendepunkt machen wir haben neun haltestellen das ist dann bus dann ist dann willsdorf bus 0 1 da jetzt habe ich willsdorf bus 0 1 natürlich die frage lassen war die lassen wir die auch von hier hinten fahren müssen zweite straßen fahrzeugdepot erst anlegen egal welche bus haben wir denn wir haben lobby sound von bolet gebaut dampf omnibus größere strecken ist der schnellste mit sechs passagiere wurde gebaut bis 1910 wenn man so noch ganz knapp haben der landauer siegen net von deutsch zum einsatz liegen ist natürlich ja was haben wir noch den meck 10 passagiere also zwischen den beiden natürlich was die ps angeht ist sehr natürlich viel besser noch kurz auf pause was eigentlich reicht der lobby sound im moment weil man bedenke zum einen ist der meck und der landauer 6000 euro im jahr teurer die fahren langsamer höchstens den landauer wobei für den preis ganz im ernst ich nehme erst mal den lobby sound 1 2 3 das mache 3 wie lange braucht er dann drei minuten viel zu viel lassen wir den erst mal so 114 sekunden lassen wir den erst mal fahren da warten schon waren ausbau wird geplant 25 moment obergrenze wir produzieren aber im moment welche für bayern gris und natürlich auch für wildruf waren dafür stehen auch schon die ersten leute die mit dem bus fahren wollen machen auf die meter geschwindigkeit hier kommt angefahren ich bin nicht angeklickt da jetzt aber die versorgen also dann die innerorts die leute mit dem bus verbindungen das gleiche könnten wir jetzt noch in bayern gris machen wobei ich habe mir überlegt ich fange hier auch mit dem lkw an aber die erste folge ist auch schon wieder vorbei ich mache hier auch lkw verbindung hin und schaue erstmal dass die straßenkonstruktion ist ja total bescheiden da passt aber trotzdem nicht rein ne natürlich nicht da wäre es nämlich schön günstig gewesen bei dir kann sie auch naja der ort entwickelt sich halt von selbst natürlich weiter und so eine stadt entwickelt sich so weiter wie es haben möchte heißt wir bauen mal eine kleine straße aus passt das natürlich nicht vorbei da passt aber eine wünschig kleine straße ist ja auch gut teuer perfekt und sagen ich hätte uns schon mal einen großen verladeplatz machen sollen und sagen und so straßenfahrzeug die güter 12345 machen wir da mal gleich für güter bei den gris dann fährt er die drei minuten aber egal güter willst du sind auch vier minuten holzbein gießen noch 92 sekunden okay das macht aber nichts da kommen alle busse an im moment machen noch alle linien minus ist aber völlig normal aber damit beende ich einfach mal die erste folge schon einmal und bedanke mich schon mal fürs zusehen und sage mal bis zum nächsten mal wenn wir uns um beiden gris kümmern und vielleicht auch schon um die erste zugverbindungen willst rufen neuropin oder so angefangen sinnvoll wäre es natürlich so was in den dienstlaken anzufangen aber da war das ja nicht so gut mit den waren mit der waren anbindung könnte man natürlich trotzdem machen nicht nach straßen verlegen egal entscheiden wir noch später immer erst mal vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bei train fever was bis jetzt auch noch kein train fever ist sondern auch mehr ein transport fieber aber egal bis dann euer nordoron ciao